so leute herzlich willkommen zu einer neuen folge ein euro feuerwerk gegen 200 euro feuerwerk hier habe ich wieder einiges zusammengetragen ein euro ungefähr pro stück die ganzen artikel vulkane fontaine alles mögliche dabei crackling lunden und ja hier so einen kleinen feuertopf wird zwendurch ein paar raketen haben natürlich auch noch crackling beam von pyroland und am ende gibt es dann zweimal herr for swan im prinzip eine batterie kostet ungefähr 100 euro und die zünden gleichzeitig also 200 euro für diese mega brocken fangen wir jetzt an mit den pyroland schreckschrauben jetzt sind wir mal ein paar fontaine einmal die und einmal die und weiter geht's mit fontaine diesmal diesen verbund vulkan verbund party hardy so 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 jetzt geht es weiter mit einem riesigen crackling feuertopf und wir machen fröhlich weiter jetzt einen schönen vulkan dieser heißt böse lehrer so so von nico und dann machen wir noch diese schöne fontaine so so weiter geht es im test mit diesem crackling schnüren also machen wir weiter jetzt gibt es hier noch so einen schönen lico meteor schlag und so einen schönen feuerfalke von funke so 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 Also jetzt geht es weiter mit den Nico-Kräckling-Bällen. Ich habe das Checken geblieben. Und weil wir gerade bei Kräckling sind, jetzt gibt es die Kräckling-Beam von Pyroland. Oh, unerwartete Ausbreitung. Es geht weiter. Jetzt gibt es das Zuckerpüppchen, Leute. Zuckerpüppchen. Zuckerpüppchen. Jetzt geht es ab. Salud. Gleiches Garten. Jetzt geht es ab. Jetzt geht es ab. Jetzt geht es ab. Jetzt geht es ab. Es geht weiter mit einer Fontäne und danach zündet man einen schönen Bengaltopf. So und jetzt dieser schöne große Bengaltopf. Jetzt geht es ab. Ich komme zusammen. Mach mal aus das Licht. Jetzt geht es ab. Es geht ab. Es geht ab. Es geht ab. So, jetzt noch ein paar schöne Bombenrohre. Eine Neuheit. 2019, 2020 die Leslie Georg Schocks. Dann noch ein paar Röder Titan Salute. Und hier Titanium Air Bombs von Pyromax. Und damit ihr wisst, was ich jetzt geschossen habe. Also ich habe erst die Röder Titan Salutes. Dann das Pyromax Air Bombs. Und jetzt kommen zwei Stück von den Geoshocks von Leslie. So, jetzt haben wir noch das Bengallicht. Dann die paar Raketen und natürlich die Riesenbatterien. Zwei Stück im Wert von 200 Euro. So, fangen wir an mit diesem Bengallicht. Mit dem Wind. So, jetzt kommt die Röder. So, jetzt kommt die Röder an. Ihr seht, ich habe die Raketen bereits aufgestellt und zwar gibt es jetzt die Pyroland Dream Stalker, danach die kugelischen Kanonschlag-Raketen von Pyroland. Hier haben wir noch eine Kugel-Rakete von Niko. Dann von Niko noch eine schöne zweite Rakete und ein Explode-Rakete-Swirl, eine XP-2914. Mit Pyroland Dream Stalker fangen wir jetzt an. So, jetzt die kugelische Kanonschlag-Rakete. Jetzt die Niko Ring Rocket. Jetzt als vorletzte Rakete die Explode-Swirl. Und jetzt als letzte Rakete vor der großen Batterie die Niko. Ja Leute, darauf habt ihr lange warten müssen jetzt in diesem Video, aber jetzt geht es endlich los. 200 Euro Feuerwerk. Zwei Batterien je 100 Euro gleichzeitig gezündet. Riesige Gold-Batterie. Ihr werdet es gleich sehen. Unfassbar heftig. So Leute, jetzt geht es los. 200 Euro Batterie. Beide sind ausgepackt und startklar. Jetzt geht es los. Wir haben auch einen Weg. Wir sind aufgeräuert. Wir machen das. Das war's. Ja, Leute, ihr habt's gesehen. Unfassbare Batterien je 100 Euro, wie gesagt, unfassbar. Mit einer der geilsten Goldbatterien, die es so zu kaufen gibt hier in Deutschland. Pyroland Hair Force One. Einfach mega, mega geil, die beiden Teile. Und vor allem zusammengeschossen. Richtig geil. Richtig geil. Richtig geil. Richtig geil. Richtig geil. Richtig geil. Richtig geil.